Es macht mir Spaß mit Kindern von drei bis sechs zu arbeiten. Sie sind gerade in einem Alter, wo sie gerne ihre Umwelt erforschen, alles was passiert. Ich bin sehr gerne bei St.Joseph Weil. Ich das Gefühl habe, ich bin hier ein Stück weit zu Hause. Ich komme hier nach Hause zum Arbeiten, St.Joseph zeigt mir wirklich, dass Arbeiten Spaß machen kann. Wir unterstützen uns eigentlich immer gegenseitig und es wird auch jeder respektiert, wie er ist. Es ist ein total schönes Miteinander, man hat viel Freude zusammen, man kann Spaß miteinander machen, man kann wichtige Dinge besprechen, also es ist eigentlich von allem was dabei. Es ist wirklich eine schöne Zusammenarbeit mit allen Kollegen eigentlich. Von Anfang an habe ich gleich gemerkt, dass die Mitarbeiterpflege sehr angenehm ist und sehr hoch geschätzt wird und auch die Individualität von den Mitarbeitern gesehen wird. Wir sind alle total bunt und total verrückt, glaube ich, und teilweise chaotisch, teilweise strukturiert und ganz unterschiedlich. Aber genau davon lebt unser Team. Man kann sich als Mensch einfach einbringen, was ich sehr schätze. Ich finde die Zusammenarbeit mit den Eltern hier wirklich sehr gut. Hier bei uns ist es so, dass die Eltern wirklich sehr offen sind und das hat mich auch wirklich innerlich auch sehr berührt, dass es auch so viel Offenheit gibt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Der Beruf braucht einfach gute Erzieher und ich glaube, da draußen gibt es auch wirklich gute Leute. Plumps! Wir arbeiten bei St.Joseph mit Kopf, Hand und Herz. Du möchtest auch Teil von St.Joseph werden? Dann bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich!